hallo liebe bonsai freunde herzlich willkommen zu einem neuen video ich freue mich sehr dass ihr mal wieder eingeschaltet habt und wünsche euch viel spaß bei dem jetzt folgenden video so dann zeige ich euch heute mal meine kastanie sie hat wunderschön ausgetrieben und man sieht durch einen konsequenten plattschnitt im letzten jahr treibt sie jetzt wesentlich kleinere blätter aus ich zeige euch mal eine rundum sicht so also die sieht wunderschön aus finde ich wenigstens die blätter sind sehr schön klein und jetzt muss ich mal gucken in einem der nächsten videos muss ich einige knospen herausbrechen und muss auch versuchen einige äste wie der hier zum beispiel nach unten zu drahten also den werde ich sehr wahrscheinlich spannen müssen genau wie den hier ja den kann ich noch lassen und ja den hier den wird auch etwas weiter nach unten spannen ja und dann muss man gucken den hier den möchte ich eigentlich lassen also wunderschön das freundchen so wenn euch dieses kleine video von ja ich denke mal knapp einer minute auch gefallen hat dann lasst mir einen daumen da und ich hoffe euren bäumen geht es genauso gut wie dem hier und vergesst nicht wenn ihr wissen wollt wie es weitergeht mit der kastanie und auch mit meinen anderen pflanzen dann solltet ihr meinen kanal abonnieren und ich sage tschüss bis zum nächsten video euer mr nature